Ich werde nämlich meine Huge Hell Rocks verlosen. Nicht alle von ihnen, aber die Hälfte von ihnen. Hey Leute, ich bin's Conny und jetzt gibt es nach Monaten wieder mein erstes richtiges Pet Simulator X Video. Das Like-Ziel wurde endlich erreicht. Preston meinte sogar zu früh und deswegen hat er hier das Hardcore Mode Release Date auf in 7 Tagen, wenn ihr das hier seht, in 6 Tagen gestellt. Und zwar auf den Geburtstag von Pet Simulator X. Also wenn das Video veröffentlicht wird, in 6 Tagen, vor einem Jahr, wurde Pet Simulator X veröffentlicht. Und damit wir nicht immer noch auf einen Countdown gucken müssen, hat Preston zu dem Spiel die Möglichkeit hinzugefügt, dass wir aus jedem Eck, also auch aus diesen kleinen Ecks hier, Huge Pets ziehen können. Um genau zu sein, Huge Hell Rocks. Und davon habe ich auch schon zwei gezogen. Ich habe vorhin einfach mal gestartet und ja, ich habe schon zwei gezogen. Das ist ja schon mal ganz nett hier. Kann ich hier mal ausrüsten. Ich habe sogar einen Rainbow Huge Hell Rock und einen normalen Huge Hell Rock. Und ich werde die nächsten Tage weiterhin Huge Hell Rocks farmen. Und ihr könnt die haben. Ich werde nämlich meine Huge Hell Rocks verlosen. Nicht alle von ihnen, aber die Hälfte von ihnen. Das heißt, je mehr Huge Hell Rocks ich aus den Eiern ziehen werde in den nächsten Tagen, desto mehr Huge Hell Rocks gibt es zu gewinnen. Auf unserem Discord-Server, der ist wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr jetzt eine Verlosung finden. Da müsst ihr einfach nur darauf reagieren, um daran teilzunehmen. Und wenn die Verlosung abgelaufen ist, dann wird es einen Gewinner geben. Und der Gewinner bekommt von mir einen Huge Hell Rock. Und weil ich ja mehr als nur einen Huge Hell Rocks verlose, aber noch nicht weiß, wie viele Huge Hell Rocks ich verlose, werde ich, nachdem der Gewinner dann seinen Huge Hell Rock bekommen hat, das Ganze nochmal rerollen. Und dann kriegt jetzt zweite Gewinner auch einen Huge Hell Rock. Und dann der dritte und dann der vierte, je nachdem, wie viele Huge Hell Rocks ich habe. Je nachdem, wie viel ich habe, die Hälfte von den Huge Hell Rocks, die ich habe, werde ich verlosen. Jetzt habe ich zwei, das heißt, jetzt würde ich einen verlosen. Wenn ich noch einen ziehe, würde ich zwei verlosen. Wenn ich noch einen ziehe, würde ich immer noch zwei verlosen. Wenn ich noch einen ziehe, würde ich drei verlosen. Und so weiter. Die Hälfte meiner Huge Hell Rocks werde ich an euch verlosen. Und ich werde euch jetzt nochmal zeigen, wie man teilnehmen kann, weil manche von euch wissen das wahrscheinlich nicht, weil sie damals bei den Verlosungen noch gar nicht dabei waren. Und dafür gehe ich einfach mal rüber auf unseren Discord-Server. Und da wären wir jetzt angekommen. Wenn ihr das erste Mal auf den Discord-Server kommt, dann seht ihr nur den Channel Verification. Und hier müsst ihr halt die Regeln akzeptieren. Als erstes klickt ihr auf Regeln gelesen, dann bekommt ihr die Rolle User. Das kann ich mir auch einmal hier geben, die Rolle User. Und dann seht ihr schon all diese Channel. Und um an dem Gewinnspiel richtig teilnehmen zu können, müsst ihr auch die Rolle neu loswerden. Das heißt, nachdem ihr die Regeln gelesen habt, müsst ihr sie auch akzeptieren. Hier einmal raufklicken. Und dann wird euch die Rolle neu weggenommen. Und wenn ihr die Rolle neu weggenommen bekommen habt, dann könnt ihr auch die Support-Section hier sehen. Um dann also an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr hier auf diesen Verlosung-Channel gehen. Aktuell seht ihr hier noch keine Verlosungen, sondern nur die alten Verlosungen aus dem April, die wir bis jetzt hatten. Aber ich kann es euch an diesem Beispiel zeigen. Ich habe im März alle meine Pads um lauter X-Pads verlost. Und um an der Verlosung teilzunehmen, müsstet ihr einfach nur hier raufklicken, sodass das Ding blau wird. Und indem ihr da raufgeklickt habt, habt ihr dann an der Verlosung teilgenommen. Als die Verlosung dann beendet wurde, am 5. April, hat der Bot dann einen Gewinner ausgesucht. Und den Gewinner, den haben wir dann kontaktiert, indem wir ihn hier in der Support-Section zu einem Ticket hinzugefügt haben. Ihr müsst nichts machen. Ihr müsst einfach nur, wenn die Verlosung beendet ist, einmal auf den Server kommen, gucken, ob ihr gewonnen habt. Und wenn ja, dann ist hier ein Channel, den nur ihr und ich sehen könnt. Und da könnt ihr mir dann euren Roblox-Namen schicken. Ich adde euch zu meiner Freundesliste. Und dann gehen wir zusammen auf einen Server. Ich gebe euch das Pet. Ihr seht auch hier lebendig 9, der beim letzten Mal gewonnen hat. Er hat nicht geantwortet nach 24 Stunden. Ich habe ihm dann nochmal bis 19 Uhr Zeit gegeben. Bis dahin hat er auch nicht geantwortet. Und dann wurde neu verlost. Und dann haben wir hier den zweiten Gewinner gehabt. Und der hat auch nicht geantwortet. Also, einen Tag später, 19 Uhr, wurde nochmal neu verlost. Und alle meine Pets sind gewonnen worden von coolplayer-cool123. Er hat damals alle meine Pets um Lotto-X-Pets gewonnen. Und so wird das auch laufen. Es wird einen Gewinner geben. Ich werde dem Gewinner dann halt sein Pet geben. Falls der Gewinner sich nicht meldet, wird dieser Gewinner nochmal neu verlost. Das heißt, auch wenn ihr nicht gewonnen habt, gibt es die Chance, einen Tag später trotzdem nochmal zu gewinnen, weil ich es neu verlose. Dazu kommt noch, dass ich für jeden U-Tail-Rock, den ich verlose, sowieso noch einmal neu re-rollen werde. Das heißt, es wird hier sehr viele Gewinner geben. Je nachdem, wie viele U-Tail-Rocks ich ziehe. Gehen wir mal wieder zurück zu Roblox. Weil aktuell habe ich zwei U-Tail-Rocks. Und, naja, ich werde die nächsten Tage über Nacht mich hier hinstellen und einfach AFK-Eier öffnen. Und, naja, das dauert dann natürlich eine Weile. Aber irgendwann werde ich aus dem Eiern auch dann U-Tail-Rocks rausgezogen bekommen. Ich öffne übrigens gerne die X von hier oben, weil die Pets ja an der Seite dann so schief sind. Das gefällt mir. Und immer noch kein U-Tail-Rocks gezogen. Naja. Aber mal sehen, je nachdem, wie viel ich AFK farmen werde die nächsten Tage, desto mehr U-Tail-Rocks werde ich haben zum Verlosen. Wenn ich heute Abend im Livestream auch nicht so viel zu tun habe, dann werde ich wahrscheinlich auch in Pets um Lauter X reingehen und noch ein paar U-Tail-Rocks farmen. Ihr selbst könnt das natürlich auch machen, weil wie gesagt, die Chance ist für alle da. Aber nicht jeder hat natürlich diese ganzen Game-Pässe, die ich habe. Ich habe hier Mythical Hunter, Luck-Event, ich habe diese ganzen Luck-Boosts alle drin. Luck-Event ist ja auch noch. Und das bedeutet, ich habe sehr hohe Chancen im Vergleich zu Free-to-Play-Spielern, diesen U-Tail-Rocks zu ziehen. Und da ich sowieso nicht so viel damit machen werde, werde ich auch die Hälfte verlosen. Die andere Hälfte werden wir mal gucken. Vielleicht verlose ich die auch, vielleicht habe ich dafür einen anderen Zweck. Ich verlose erstmal nur die Hälfte, weil ich nicht weiß, ob ich damit noch was anderes machen werde. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich hier in der Fantasy-World machen möchte. Ja, ich kann ja mal so einen Coin abbauen. Wunderbar. Also Leute, wenn ihr teilnehmen wollt, einfach auf den Discord-Server joinen. Falls ihr nicht wisst, wie man richtig auf einem Discord-Server joint, unten in der Videobeschreibung ist einer verlinkt. Und ich habe auch ein Video dazu gemacht, wie man auf unseren Discord-Server joint, wie man sich dort auch richtig verhalten sollte, damit halt alles klappt. Das ist jetzt oben rechts auf dem I verlinkt. Das ist mein Discord-Survival-Guide-Video. Da seht ihr, wie man diesen Discord-Server richtig joint. Was ihr machen könnt, falls da irgendwelche Leute euch belästigen, wie ihr die meldet oder einfach stumm schaltet. Weil in manchen Fällen kann man halt Leute nicht melden. Ohne Beweise geht es nicht. Aber ich muss sagen, aktiv per Simulator X spielen habe ich immer noch keinen Bock. Ich werde jetzt weiterhin hier AFK immer so farben, wenn ich nichts anderes in Roblox mache. Aber sonst macht mir per Simulator immer noch keinen Bock. Ich hoffe, dass das Hardcore-Update nicht zu anstrengend wird. Also wirklich, das Hardcore-Update. Es heißt Hardcore-Update und ich hoffe, es wird nicht zu viel Grind. Ich hoffe, es wird nicht zu viel Arbeit. Weil wenn ich eine Sache an Roblox-Spielen nicht mag, ist, wenn die von mir verlangen, dass ich lange, lange, lange immer wieder derselben Aufgabe nachgehe, um voranzukommen. Ich mag das einfach nicht. Ich mag einfach ein Progress. Ich mag es nicht, meine Pads an so eine Kiste ranzustellen und eine Stunde lang zu warten. Bei der Kiste hier ist es noch in Ordnung. Die brauchen nicht so lange abzubauen. Aber wir haben ja die anderen Kisten gesehen, wie lange die gebraucht haben. Ich mag es nicht, gezwungen zu werden, 100 Pads von der gleichen Sorte farmen zu müssen, um eins davon dann besser machen zu können. Aber ich befürchte, dass sowas kommen wird. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denkt, was in dem Hardcore-Update noch alles kommen wird. Ob ihr da eher positiv oder eher negativ eingestellt seid. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da meine Zweifel, ob das so ein cooles Update wird. Aber ich kann mich natürlich auch komplett irren, weil Preston hat jetzt sehr lange an dem Update gearbeitet. Oder er hat halt sehr lange an dem Update gar nichts gemacht. Das kann natürlich auch sein. Wir wissen das nicht. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Schauen wir das Update dann an in ein paar Tagen, wenn es rauskommt. Und ihr könnt auch an der Verlosung teilnehmen. Ich würde aber sagen, das war es erstmal mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Ihr könnt heute Abend auch gerne bei mir im Livestream noch vorbeischauen. Um nichts weiter zu verpassen, lasst auch ein Abo da. Bis dann und... Ciao! Bis dann! 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 Bis dann!